Mit zwei für 300 Euro durch Straßburg. Ungewohnt nostalgisch. Ist nicht dein Ernst. So große Kinder. Mutig und modern. Hier sind noch ne Menge nackte Brüste. Das ist mir das erste, was dir auffällt. Man könnte auch sagen, es sind viele Augen, Gesichter. Traditionell folkloristisch. Dann zieh doch mal auf. Also so. Ich würde sagen, das lässt du mal schön auf den Rest der Reise. Und extrem charmant. Nee, aber du willst mir nicht sonst irgendwas sagen. Zum Wohl. Strasbourg. Samina, wir sind wieder da. Bienvenue. Und guck gleich ein schöner Überblick von oben, wie du es gerne hast, Uwe. Dafür bin ich hier wirklich dankbar. Du warst ja noch gar nicht da in Straßburg. Nee, noch nie. Ist ja auch so eine genussfreudige Region, das Elsass. Also genau Mainz. Und die Stadt ist nicht so groß, eher klein. Was ich? Nee, nicht du. Du bist groß und herrlich, Uwe. Aber wir entdecken jetzt diese kleine schöne Stadt. Ich freue mich. Ich, mich auch. Straßburg. Die französische Stadt mit deutscher Prägung ist bekannt für Fachwerk und Münster. Sie gilt als Hauptstadt Europas. 280.000 Einwohner leben hier an der Grenze zu Deutschland. Sowohl das EU-Parlament als auch die Uni sorgen für kosmopolitisches Flair. Uwe und ich wollen die Stadt zwei Tage lang abseits des Touri-Rummels erleben. Ob wir hier mit 300 Euro auskommen? Ist das eine Pracht. Das ist schon beeindruckend. Das Straßburger Münster. Mit nur einem Turm. Und der war ja lange Zeit der höchste Turm überhaupt hier, ne? Heieiei. Weißt du was? Da kann man auch hochgehen. Und weil wir da hochgehen werden, machen wir das jetzt am besten auch. Jetzt gleich. Ja. Pass ich hier durch? Ja. Geh doch schon mal vor. Bonjour. Bonjour madame. Pour deux? Das ist 16 Euro bitte. Merci. Merci aussi madame. Da geht's lang. Voilà. Ich glaube, es werden sehr viele Stufen. Danke. Wollen wir zählen die Stufen? Du kannst ja gerne zählen. Wie viel Turm ist das, den wir gesteigen? Der 185. Turm vielleicht? Das ist schon eine angenehme Zahl. Aber immer wieder, guck mal, immer wieder was anderes. Ich auch. Jetzt kommt das Licht. Wir sind schon über dem Dach. Ja. Gleich geschafft. Juhu. Wir sind da. Und da ist auch schon der Weitblick über die elsässischen Grenzen auf zwei Länder. Ja, Orientierung. Da sind die Vogesen. Sieht man ja richtig schön. Und jetzt müsste es doch mal in Schwarzwald, genau, in diese Richtung sein. Da im Dunst. Da merkst du wieder, wie nah es zu Deutschland ist hier, ne? Quasi ein Steinwurf. Die Nähe zu Deutschland ist nicht nur optisch erkennbar. Die ganze Kultur der Region ist deutsch-französisch geprägt. Überall Fachwerk. Das gefällt dir wieder, ne? Ja, finde ich schon ganz schön. Und es ist eins von diesen fünf C. Schon mal davon gehört? Ne, ich kenne nur die Top 5. Also Fachwerk heißt Kolumbage auf Französisch. Erstes C. Die Kathedrale. Zweites C. Dann diese Hauben, die man hier so trägt. Diese traditionellen. Coiffe heißen die. Drittes. Dann der Storch, klar. Sigourgne. Viertes C. Du weißt, da kommt bestimmt noch ein fünftes C. Das hat bestimmt was mit Kulinarik zu tun. Stimmt, genau. Warte, was war es? Sauerkraut. Schokrut. Fünftes C. Mal gucken, ob wir alle zusammen kriegen hier in Straßburg. Oder bin mir ziemlich sicher? Gut. Was nach Schnitzeljagd klingt, ist zumindest in der Kunst überliefert. Während Uwe also die Kulinarik im Blick hat, mache ich mich auf die Suche nach Folklore. Du preschst aber schon wieder vor. Guck mal, hier sind die typischen Dinge, glaube ich. Das ist vielleicht so ein Laden, wo man mal nachfragen könnte. Bonjour, bonjour. Wir haben uns gefragt, was sind denn diese, ähm, gibt es hier diese, diese Hauben, ähm, Coiffe? Oh. Dann zieh doch mal auf. Also so? Ja. Schön. Und tragen das Menschen hier noch so? Ja, im, ähm, im, ähm, Stadt, ähm, in, ähm, à la fête, à la fête. Ah, wenn man, ja, für ein Fest. Ähm, Uwe, was meinst du? Jetzt ich immer so? Ich würde sagen, das lässt du mal schön auf den Rest der Reise. Sicher nicht. Ein Stück Tradition haben wir jetzt schon mal kennengelernt hier, ha? Ah. Und dabei bleibt es auch erst mal. Straßburg ist ja ein recht teures Pflaster. Mal sehen, was sonst noch so auf uns zukommt. Oh hoi. Bonjourne. Bye bye. Es riecht so ein bisschen verlockend, hm? Ja. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es riecht nach Sauerkraut. Ja, wir suchen ja noch Sauerkraut. Dann müssten wir so ein traditionelles, so ein Che Tante Liesel. Guck mal. Das ist doch so ein traditionelles. Das könnte so was. Warte, déjeuner à la carte, also Mittagsmenü. 17,19 Euro. Gut, günstig ist Straßburg nicht, aber hier könnten wir fündig werden. Das klingt auf jeden Fall gut. Komm lass mal rein. Mir läuft das Wasser wund zusammen. Mir erst. Das ist aber schön hier. Fürs Goldi. Bonjour. Wir sind auf der Suche nach Sauerkraut. Ja, das gute Sauerkraut aus dem Elsass, da seid ihr hier an der richtigen Adresse. Aber unser kleines Restaurant hier bereitet Sauerkraut auch mit Ente zu. Kanach. Kanach auf Deutsch ist... Ente. Ente. Sie sprechen über Deutsch. Sie sprechen auch Uwe. Das ist ja wirklich in Straßburg toll. Ja. Können wir uns einfach ein Plätzchen suchen? Ja, natürlich. Am besten den Tisch, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Okay, passt das. Mit Storch und allem. Ja, ganz. Ganz allerliebst. Oh nein! Das ist ja unglaublich. Das ist ja wiesig. Hier drauf oder wo? Oder so. Ja. Genau. Dankeschön. Aiaia. Und ein Schlückchen Wein dazu. Merci beaucoup, Madame. Bon Appétit. Ah, c'est joli ça. Bon Appétit. Bon Appétit. Von wegen Choucroute. Das liegt ganz unten im Topf. Und obendrauf eine ganze Schlachtplatte voll Kasslerwurst und Eisbein. Oh, jetzt können wir gleich so ein kleines Mittagsschläfchen machen. Ja, genau. C'était très bien. Das war toll. Das war ganz köstlich. Aber das ist ja eine Portion, da kann man die ganze Familie mit ernähren. Ja, das war toll. Ja, schön. Und haben Sie noch eine Idee, was wir noch machen sollten hier in Straßburg? Ja, auf jeden Fall. Also in der Straße ein bisschen weiter gibt's die Mireille. Das riecht man fast in der Straße, wenn die dann am Backen ist. Also wirklich zu Mireille. Das ist toll. Uwe sagt doch immer der Nase nach. Das passt dann jetzt. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Uns fällt auf, dass fast jeder hier in Straßburg zweisprachig ist. Kein Wunder, denn über Jahrhunderte gehörte das Elsass mal zu Deutschland und dann wieder zu Frankreich. Pins de Pies, das muss es hier sein. Das ist doch was, worüber sie gesprochen hat. Mireille, Mireille, guck mal hier. Schick, schick. Geh mal vor. Kommst mit. Thierry. Mh, bonjour. Bonjour. Ça sent bon. Das riecht wirklich gut. Mit einem ganzen Laden voller Lebkuchen hätten wir ja gar nicht gerechnet. Warum ist der Lebkuchen hier im Elsass so eine... Weil es ist eine Tradition. Elsässische Tradition, die kommt von Mongoli. Aus der Mongolei kam es? Ja, über Deutschland. Genau. Und dann ins Elsass. 44 Lebkuchensorten backt die Inhaberin Mireille hier. Das Wichtigste sind die 7 exklusiven Gewürze, für die sie ganz persönlich um die Welt reist. Schauen Sie mal hier. Das sind die mit den 7 Gewürzen. Set Epis. Der Klassiker von unserem Haus. Oh, der Klassiker. Würzig, köstlich, nicht zu süß. Sehr gut, Uwe. Guck mal hier. Wir sollten uns das nicht entgehen lassen. Danke schön. Ich brauche das hier. Ich brauche das. Ich brauche das. Ja. Ich brauche das. Du hast das so? Oh, das ist so. Ganz goldig. Uwe, wir entscheiden uns für ... Fürs Herz? Oder die ... Fürs Herz. Fünf und neun. Merci beaucoup. Au revoir. Reicht auch mal wieder mit dem Futtern. Höchste Zeit einzuchecken. Und zwar in einer anderen Ecke der Stadt. Damina, das hat so gar nichts mehr von Fachwerk-Idylle. Nee, sind wir ein bisschen raus. Aber wir sind direkt um die Ecke vom Hauptbahnhof. Und es ist ja gar nicht so einfach, ein Hotel unter 100 Euro zu kriegen. Und ich glaube, wir haben aber jetzt hier ein ganz ... Guck, das müsste schon sein. Ein ganz nettes, hier. Oh, da bin ich mal gespannt. Sieht doch immer nett aus. Siehste. Bonjour. Bonjour. Hallo, gute Reise gehabt? Oui, bon voyage. Ach, guck mal, Uwe, hier sind die ganzen Zimmer. Nichts Speisekarte, hier sind die Zimmer. Guck mal, die sind alle unterschiedlich gestaltet. Okay, dann sind wir jetzt mal sehr gespannt, was wir für ein Zimmer erwischt haben, Uwe. Oh ja. Alle Straßburger Künstler. Ja, am Anfang. Jetzt sind sie ein bisschen überall auf der Welt, aber am Anfang waren alle in Straßburg. So, sie haben das Zimmer 3 unter 3. Und dieses Zimmer ist mein Lieblingszimmer. Wirklich? Ja, ich dachte nicht. Sollen wir jetzt schon gucken, oder lassen wir uns überraschen, Uwe? Nee, wir gehen hoch und lassen uns überraschen. Okay, wir lassen uns überraschen. Ich finde, es ist besser auch. Gut. Sehr gerne. Dann machen wir das. Herzlichen Dank. Bitte schön. Wir gucken uns um. Ja, ich bin da. Danke. Danke schön. Tschüss. Los geht's. Spannend, ha? Aufzug? Nein. Bei dem Treppenhaus? Ja, stimmt. Geht hier schon richtig gut los. Wow. Das hat auf jeden Fall was. Bunt, bunter am buntesten. Tschüss in der Herr. Tschüss in der Herr. Dritter Stock. Jetzt? Ja, jetzt reicht's aber auch. Kommen wir der Sache näher. So, 303, 303. Oh, das ist gut, Marie Meier. Bist du falsch? Nee, das ist die Künstlerin wahrscheinlich, die es gestaltet hat. So, jetzt gucken wir mal, was Marie Meier für uns hier fabriziert hat. Oh, das sieht aber, hier sind noch eine Menge nackte Brüste. Das ist mir das Erste, was dir auffällt. Entschuldigung. Man könnte auch sagen, es sind viele Augen, Gesichter. Nee, nackte Brüste. Das ist auch sehr wollüstig hier, ne? Ja. Ja, die Marie Meier hat sich hier richtig ausgetobt. Das Hotel Grafalgar liebt ausgeprägte Fantasien und zeigt in jedem Zimmer eine andere Welt. Schön geräumig. Immer schön, wenn Fenster im Bad ist. Fenster im Bad finde ich gar nicht schlecht. Ja. So, jetzt geht es los, würde ich sagen. Aha. Ah, guck mal hier, wach mal. Das ist, glaube ich, eine Map für Street Art. Ah, Parkour Street Art. Ja. Kannst du wahrscheinlich hier eingeben im Netz und dann siehst du, wo, was, wer gemacht hat. Scheint so. Straßenkunft. Interessant. Heißt, wir legen los und suchen modernes Künstlerisches. Ja, du suchst, ich lauf hinterher. Gut. Wie viel Modernes Straßburg zu bieten hat, wird sich noch zeigen. Auf Graffitis müssen wir jedenfalls nicht lange warten. Und das hier, Black and White Zulus, das ist Ethnic Design. Das müssen wir jetzt noch suchen. Das müsste jetzt hier auch gleich irgendwo sein. Ja, dann... So ein bisschen wie Schatzsuche. Los, Sherlock. Ich geh mal ein bisschen runter, damit man das besser sehen kann. Tamina. Aber du, ich meine, ohne die Street Art wäre es nicht so schön. Ja, Tamina. Weiter. Du weiter. Zurück in die Altstadt. Die Europastadt ist schon ein recht teures Pflaster. Gleich hinter Münster, edle Mode. Und in der Rue des Orfevres, Delikatessen über Delikatessen. Mit Blick aufs Budget hat Uwe aber anderes im Sinn. Im hippen Krutenau wartet eine erste kleine Überraschung auf mich. Alter Buchladen. Ja. Aber weißt du was? Wenn du dich mal um deine eigene Achse drehst und hinter deiner oder über deine Schulter guckst, was siehst du denn? Ein Kirchlein. Ja, das sieht vielleicht aus wie eine Kirche. Aber das ist keine Kirche. Da trinken wir jetzt Wein. Wein? In der Kirche? Uwe. Ich würde sagen, lass dich überraschen. Ja, sehr gerne. Vorsicht, Stufe. Es wird spannend. Es ist total lustig. Wow. Schön, schick, oder? Bonjour. Herzlich willkommen im Purgatoire. Merci. C'est Uwe. Hallo, enchanté. Rechnen Sie ein bisschen damit? Doch, ein ganz, ein tout petit peu, peut-être. Ein ganz kleines bisschen. Nein. Nein. C'était une église. Das ist eine alte Kirche, also eine alte Kapelle, in der schon 1550 Wein ausgeschenkt werden durfte. Man trinkt also schon seit Ewigkeiten Wein hier. Oh, vraiment. On peut essayer? Bien sûr. Na klar. Nehmen Sie bitte Platz, ich komme sofort. So, das ist auch schon sehr vielversprechend, ne? Was nehmen wir denn da jetzt rein? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, da kommt schon jemand, der das sagt. Ja, das kann er. Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut... Am besten nehmen wir eine elsässische Spezialität. Gewürztraminer. Ein Glas Wasser dazu für die Dame und für den Herrn einen Riesling. Etwas trockener vielleicht. Quelques choses pour... Und zu essen, etwas zum Knabbern? Gut. Alors, merci. Merci beaucoup. Oh, das hast du wieder ganz toll gemacht. Dankeschön. Oh, 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 oh. Oh. Das ist ja... Oh. Oh. Bon Appétit. Merci. Merci. So, mir fehlen fast schon die Worte. Alles richtig gemacht. Schön, wie es so summt und brummt. Dieses blaue Sommernacht. Ja, schön. Eine genussfreudige Stadt ist Straßburg. Ja, das stimmt. Ich fand ja diesen Frucht so nett heute von unserer Lebkuchenfrau. Wie war das? Die einzige Möglichkeit, wie man mit Versuchungen umgehen kann, ist, sich ihr hinzugeben. So schön. Ich glaube, das wird ab jetzt unser Leitspruch. Ja, für Straßburg auf jeden Fall. Das heißt, wir genießen morgen einfach weiter. Ja, was Neues machen. Irgendwie mal ein bisschen raus oder so. Mehr entdecken. Ja, finde ich gut. Machen wir. Und jetzt schlendern wir noch ein bisschen. Ich glaube, Hotel ist da lang. Da lang? Gerne. Ungewohnt philosophisch und ganz gemütlich lassen wir den Abend in Straßburg ausklingen. Der finanzielle Zwischenstand schont 182,70 Euro. Mit rund 117 Euro Rest und Lust auf Neues starten wir letztendlich. Essig-Urbahn in den zweiten Tag. In Pots Café. Ja, deswegen stehe ich ja hier. War das das, was du möchtest? Das ist genau das, was ich dir sagen wollte. Schön, dass wir ohne miteinander zu sprechen über alles reden können. Sehr schön, sehr schön. Hereinspaziert. Bonjour. Bonjour. Was für einen Kaffee nehmen wir denn? Alors, qu'est-ce que vous propose comme café? Gerade habe ich eine Bohne aus Kenia, eine Spezialität. Sehr feines Aroma, super guter Geschmack. Uwe, wir sind hier bei einem Experten gelandet. Merkst du es? Ja, ganz so. Oh, toll. Merci, Bocchio. Merci. Merci. Ein guter Kaffee ist einfach unschlagbar. Das stimmt wohl. Au niva? Ja, au niva. Guck mal, eigentlich gar nicht so schön hier, ne? Baustelle und so weiter. Aber war lecker. Eben, wieder mal bestätigt, das Beste gibt's oft abseits. Guck mal, so Büchermärkte, das ist so was Französisches, oder? Damina, rat mal, was hier ist. Hier sind alte Bekannte. Ach, all die C's, oder? Ja. Die Haube, das Münster, das Fachwerk. Und hier vorne, guck mal. Das Sauerkraut. Sauerkraut. Und der Storch sogar. Straßburg. Sag ich doch, schönes Städtchen. Na, Kinder, hat's Gefühle? Ist mich dein Ernst? 2,50. Na gut, okay. Für 2,50. Auch für große Kinder. Machen wir dich gerne glücklich. Ach, ist doch herrlich. Das da? Ja. Sieht auf jeden Fall stattlich aus. Das passt doch zu Straßburg. Nostalgie pur. Es fliegt, es fliegt. Genug geflogen. Wir suchen ja noch das Flair der großen, weiten Welt. Kurieul? Bist du neugierig, Uwe? Ich bin immer neugierig, weißt du doch. So was hast du vor? Auch mal wieder einen Hinterhof. Genau, mal wieder einen Hinterhof unsicher machen. Conceptstore. Sieht gut aus. Komm. Oh, Vorsichtsstufe. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wie eine Überraschung, wenn man hier in den Hinterhof kommt. Und plötzlich. Aber man muss es wissen. Oder? Ja. Es ist ein bisschen cachet. Versteckt. Und Sie müssen ein bisschen kuriös sein. Das stimmt. Um mal das Geschäft zu finden. Es gibt viele Conceptstores in London, in Paris oder in Deutschland. Ja, ja. Aber in Straßburg gab es nichts. Schönes Konzept. Und das war neu für Straßburger. In seinem Geschäft mischt Inhaber Patrick die verschiedensten Artikel. Die findet er übrigens im Netz. Und mischt sie mit lokal gefertigten Produkten. Hier ist unsere Ecke. Guck mal. For City Lovers. Wie wir es sind. Paris. Grüssel. Athen. Das hört nicht auf. Es gibt noch so viel zu entdecken. Toll. Bist du jetzt schon in der ästhetischen Ecke gelandet? In der Duftecke. Guck mal. Seife. In Straßburg gemacht. Made in Straßburg. Und kostet 6,90. Machen wir. Sollen wir? Ja. Merci. Merci a vous. Merci beaucoup. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Bye bye. Tschüss. 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 So am Wasser ist dann doch schön. Ja. Und Bötchen fahren kann man hier auch. Aber hinten ist ganz schön viel los. Langes Schlange stehen. Wir haben ja noch was vor. Das hat natürlich auch im weitesten Sinne was mit Wasser zu tun. Aber. Ganz ehrlich. Wir sind ja 2 v. 100. Und da hinten ist ja ein bisschen viel los. Ja. Das ist ja nicht unser Ding. Nee. Deswegen würde ich sagen, du folgst mir jetzt mal. Und dann schauen wir mal, was ich mir da so überlegt habe. Das klingt ja vielversprechend. Jetzt los. Wo lang? Hier lang wieder? Oder was? Nicht hier lang. Oh, okay. Kann ich ja nicht wissen. Ach, das ist ja meine nette Alternative zu diesen großen Schiffen, ne? Ja, meine ich doch. Aha. So. Bonjour. Voila, schon am Schiff. Ja? Genau. Das sieht ja nett aus. Es ist ein Loveboot. Nein. Aber Uwe, du hast jetzt kein Loveboot bestellt. Das war das Einzige, was da war. Nee, jetzt wirklich. Ach, Quatsch. Damit unsere Zuschauer zumindest sehen, was hier möglich ist. Oh. Genau. Oh, er hat sich richtig Mühe gegeben. Dürfen wir rein direkt? Genau, also. Uwe, ja? Und dann reinsteigen. Dankeschön. Es bewegt sich. Ja, es bewegt sich. Das ist ja auch gut so. Föne Fahrt. Danke. Tschüss. Au revoir. So, mit der ganze Familie. Hallo. Oh, tut la Familie. Hier kannst du mal kurz ein bisschen Gas rausnehmen. Gas rausnehmen, ja. Ja. Weil wir haben ja so eine schöne Reise. Und weil wir so eine schöne Reise haben, dachte ich, bringe ich uns noch ein bisschen was mit. Guck mal, guck mal hier unten, da diese grüne Tasche. Ja. Wenn du die mal aufmachst. Wenn du die mal aufmachst. Ähm, nee. Aber du willst mir nicht sonst noch irgendwas sagen. Nein. Sonst würde ich dir nichts sagen. Ja. Wir stoßen jetzt einfach mal an auf diese wunderschöne Reise. Und ja. Das ist ja toll. Das ist einfach ein Dankeschön für die letzten 27 Folgen. Oh, 27 Städte Reisen haben wir schon gemacht. Ja. Ist doch Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Es ist mir stets ein Vergnügen. Ja. Es ist mir stets auch ein Vergnügen. Ah. Wuhu. Wuhu. Jawoll. Also wenn das mal kein gutes Omen ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, würde ich auch mal sagen. Toll. Jetzt haben wir die echten Gläser bitte. So, jetzt rein ins Glas. Nein, ist das herrlich. Zum Wohl. Zum Wohl. Nach gelungener Bootsüberraschung geht es jetzt noch mal für einen letzten Snack zurück in die Stadt. Denn eines müssen wir unbedingt noch probieren. Es muss hier in der Ecke den besten Flammkuchen geben. Eigentlich isst man den ja auf dem Land, aber wenn man schon in Straßburg ist, Krebsgasse oder Krebs. Ein Pasteur leckerbis. Krebskessel. Das sind wir richtig. Hier muss es sein. Straßburg ist einfach ein Eldorado für Feinschmecker. Auch ohne viel Geld kann man hier einfach den ganzen Tag essen. Bonjour. Hallo. Hallo. C'est un très joli endroit. Danke. Merci. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? In Straßburg. Ja, wie schön. Und hier so am langen Tisch sollen alle Menschen zusammensitzen? Ja. Ja, ich war mal mit Freunden bei meiner Mutter Flammkuchen essen. Das war so gut, dass wir uns sagten, boah, sowas gibt's noch nicht in Straßburg. Eine richtig gute Adresse für Flammkuchen. Welchen sollen wir denn nehmen? Normal, du kannst mit der traditionelle beginnen. Ja. Machen wir. Wir teilen alles. Mmh. Flammkuchen. Bon Appetit, Uwe. Guck mal. Jetzt haben Sie es hier schon immer in diese kleinen, machen Sie doch schon so kleine Schniffelchen. Schau. So. Und dann ist es ja wirklich so was, was man so teilt. Ja, ist doch gut. Heiß. Dünn. Knusselig. Lecker. Das ist der Klassiker jetzt, ne? Mit Zwiebelchen, Schinken, dieser Creme Fraiche Creme und Käse noch. Aber Flammkuchen muss man im Elsass einfach auch essen. Ja, natürlich. In Straßburg. Und wenn es dann schön kross ist, hör mal. Knurps. Mit Knurps zum Kassensturz. Für 101,35 Euro haben wir leckerste Elsassküche genossen. Fast genauso viel hat unser Graffiti-Zimmer gekostet. 100 Euro hierfür. Günstig und schnell waren wir mit der Stadtbahn unterwegs. Nur 8 Euro für 4 Tickets. Relativ preiswert die Mitbringsel für knapp 12 Euro. Ebenso wie Karussell und Münsterblick für 21 Euro. Fast schon verschwenderisch, aber unvergesslich Uwes Love Boat für 50 Euro. Macht 280,75 Euro für unser genussreiches Straßburg. Teuer, aber im Budget. Guck mal, was für ein Licht, was für ein Abend. Ja, perfekte Zeit ausgesucht. Und ist es nicht ein schönes Städtchen? Ja, es ist klein, aber fehlt es einem an nichts. Nee, und man weiß, wie man genießen kann hier. Genussfreudig sind die Menschen. Und wir haben uns ja wirklich richtig durchgefuttert. Ja, kulinarisch sind wir auf unsere Kosten gefuttert. Ja, man darf nicht abnehmen wollen im Elsass. Man hat so diese Mischung aus Hausmannskost und französischer Haute Cuisine. Ja. Und es ist entspannt das Städtchen, ist aber nicht provinziell. Überhaupt nicht. Und genau das Richtige für so ein Wochenende. Sollten Sie auch besuchen. Ja, wir können das sehr empfehlen und sagen au revoir und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das heute gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch das oder das. Auf jeden Fall solltet ihr diesen Kanal abonnieren und dann gleich das Glöckchen einstellen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues von uns gibt. Und dann wird euch bald nicht auf jeden Fall gefolgt, dass ihr euch ein paar Tage später vernetut. Und dann, in der nächsten Mal kommt es, dann probier euch das mal wieder. Und dann, wenn ihr euch das mal wieder los.